Wo geht er hin? Kann er hier in die Führung übernehmen? Kann er vorbeigehen am Monster? Kann er nochmal einen drauflegen? Kann er hier eventuell auf Platz einfahren? Und vor allem, was macht der Fox gleich? Das ist ja die große Frage. Wie kommt er mit der Bahn zurecht? Ja, den V8-Streffer hatten ihre Probleme, aber kann der Fox hier vielleicht den ersten und eigentlichen Vollkommen hinlegen? Der Isotop-Fo. Zwei rückete Dampfungsrauber-Kobine. Der Isotop-Fo. Zwei rückete Dampf-Fo. 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 Zwei r